Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Thomas Müller-Milz. Mit ohne. Wart mal kurz, Stefan. Verehrte Kunden, heute im Autopflegeangebot die Europameisterwäsche. Hier wird ihr Wagen nass gemacht wie Ungarn, damit er hinterher aussieht wie unser Torwart. Hä? Wie ein Neujahr. Der könnte direkt in deiner Waschstraße anfangen. Wieso? Hier ist es nicht schlimm, wenn ihm einer durch die Lappen geht. Jetzt lass aber mal den Kärcher im Dorf. Einmal die vier und ist die Europameisterwäsche mit Unterbodenprogramm? Nein. Schade. Das ist ja nur unterbodenlose Frechheit. Also laut DEKRA gönnen hierzulande übrigens 27% der männlichen Autobesitzer ihrem Fahrzeug mindestens eine wöchentliche Autowäsche. Ich hoffe, die Europameisterwäsche ist inklusive Trocknung. Also auf geht's, Stefan. Liebe geht durch den Wagen. Mir langs, wenn ich dir bei der Arbeit zuguck. Wieso? Da geht auch ständig was in die Seife. Du bist ne Abstauberin und deine Preise haben sich gewaschen. Macht 9.387 Euro, sammeln Sie Top-Waschpunkte, haben Sie eine Mr. Wash-Card oder sind Sie im Dirty Harry Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Läuft bei dir. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.